Hallo, ich bin die Lisa von Lisa Staudinger Fotografie und wenn ihr dieses Video seht, gehen die Chancen relativ gut, dass ihr es auf meiner Website geschafft habt. Also nehmt euch einen Snack, nehmt euch was zu trinken. Ich habe hier so zwei, drei Bilder für euch vorbereitet und wenn ihr Fragen habt, wenn euch irgendwas auf der Seele brennt, meldet euch voll gern bei mir. Ich freue mich riesig von euch zu hören. Also ich hoffe, wir sehen uns. Tschüss!